Während dem Zweiten Weltkrieg in Europa, da gab es dann Operationen von den Briten, also gerade über die SOE, die Special Operations Executive, da brachten die Briten dann halt eben dann Profis hier aufs europäische Festland und Waffen und Ausrüstung. Und dann baute man halt eben dann so Widerstandsnester auf, also die französischen Resistanzgruppen und andere Widerstandsgruppen, auch halt dann weiter im Osten. Und viele von diesen Widerständlern waren halt politisch links oder halt ideologisch auf sozialistisch gebürstet. Und durch diese Hilfe, in Anführungszeichen, von den Briten, da kamen eben diese Verbindungen zustande. Also da hat man dann Netzwerke aufgebaut, die auch dann weiterverwendet wurden und weiterkultiviert wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also genau wie dann die Geheimdienste das rechte Spektrum wieder aufgebaut haben, hat man das linke Spektrum hier wieder aufgebaut. Und dann gab es dann diese Sachen wie dieser Marcuse, der dann halt nach Amerika gegangen ist, hat dann mit dem amerikanischen Geheimdienst gearbeitet an dieser Sozialforschung. Und das wurde halt vermarktet intern als Antifaschismus. Also man hat hier so der amerikanische Geheimdienst, der präsentierte die Demokratie und so hieß es. Und die haben jetzt halt so einen linken Wissenschaftler an der Hand und damit forschen die halt, um hier in Deutschland zum Beispiel nach dem Krieg halt den Faschismus irgendwie klein zu halten. Und so hat man diese Seilschaften gepflegt und auch diese ganzen linken Institute und Thinktanks und so, diese Sozialforschung. All das wurde dann so aufgebaut und deswegen haben halt linke Kreise heute solche starken Hemmungen, diese Verbindungen halt wirklich zu untersuchen und zu kritisieren. Das ist die Hand, die sie füttert. Das ist dann halt die Kreise, von denen sie Hilfe bekamen da im Zweiten Weltkrieg. Ja und da gibt es halt so alte Bindungen und so Treue und Loyalitäten und da will man da irgendwie nicht dagegen vorgehen. Und diese Ideen, die da kultiviert wurden vom amerikanischen Geheimdienst, also die Ideen von Marcuse, das wird ja heute noch umgesetzt und oftmals schnallen ja die Linken, die das umsetzen, gar nicht so richtig, wo das herkommt. Also zum Beispiel dann dieses Sarah Lee Heinrich bei den Grünen motzt dann gegen die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft und trasht halt so richtig alles, was halt irgendwie etabliert ist und dominant ist. Und dann heißt es, das sei in Ordnung, das ist keine Diskriminierung, weil diskriminieren könne nur der, der halt in einer stärkeren Mehrheitsposition ist. Das heißt, man erklärt praktisch, die Mehrheit dürfe ja gar nichts mehr sagen, die Mehrheit dürfe irgendwelche Minderheiten überhaupt nicht kritisieren. Aber umgekehrt dürften dann Minderheiten die Mehrheit so richtig trashen, so richtig hassen, so richtig darüber herziehen und darüber dagegen hetzen. Und das sei gerecht und das würde soziale Veränderungen bringen. Das ist eins zu eins das Programm von Marcuse, geht auf den amerikanischen Geheimdienst zurück, aber die Linken schnallen nicht, dass halt alle Wege dann doch irgendwie nach Rom führen. Und dass halt das ganze politische Spektrum halt kontrolliert wird bei uns von halt, also im Westen kontrolliert wird von den angloamerikanischen Geheimdiensten. So, und jetzt gibt es dann halt diese Begriffe, Intermarium und Promethean League und so weiter. Das sagt den allermeisten Leuten heute, auch aus dem Rechenspektrum, absolut nichts. Aber wenn man diese Geschichte nachvollzieht, dann merkt man wirklich, wie stark die Kontrolle ist. Wie stark die Kontrolle ist halt durch die Geheimdienste. Ja, zum Beispiel diese ganzen, also als die Sowjetunion halt sich dann ausbreitete nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ganze Länder besetzte und so und halt die Diktaturen etablierte in Ungarn und Ukraine und so. Da gab es ja einige Flüchtlinge. Die hatten teilweise schon britische Kontakte, hatten ja von den Briten Hilfe bekommen im Kampf gegen den Faschismus oder was. Und manche von diesen Widerständlern blieben dann in so Ländern wie Ukraine oder Ungarn. Die blieben dort und kooperierten dort weiter mit den Briten gegen die Russen. Manche flüchteten allerdings auch nach Frankreich oder England. Und dann wurde alles wegrekrutiert vom britischen Geheimdienst, vor allem MI6. Hier, MI6, also MI6, der britische Geheimdienst, der baute dann den anti-bolschewistischen Block der Nationen, ABN, wieder auf. Also es war eigentlich mal eine Nazi-gesponsorte Einrichtung, also neofaschistischer ABN, kontrolliert von ukrainischen Nationalisten. Das war die wichtigste und extremste exzellenten Organisation während dem Kalten Krieg. In der Mitte der 80er Jahre wurde der Anführer von dieser Gruppe sogar ins Weiße Haus eingeladen und empfangen von Präsident Ronald Reagan. Also MI6 bezahlt und die Amis machen da noch mit und so. Also man hat dann eben diesen rechten Leuten versprochen, wir machen da was ganz Großes, wir retten dann irgendwie eure Heimat und wir schmeißen da den Sowjetkommunismus raus. Und dann könnt ihr Neofaschisten, hieß es dann, dort herrschen und ihr lebt dann in Schlössern und Bitches in Cocaine. Das war so das große Versprechen. Und man hat das immer gleich schon verbunden, auch schon in den 1930er Jahren, verbunden mit dieser Idee einer Europäischen Union. Winston Churchill war dann schon mit daran beteiligt, dann Kudenhof-Kalergi und so. Die hatten alle diese Connections natürlich dann zum britischen Geheimdienst. Und wenn dann manche misstrauisch wurden, also gerade im rechten Spektrum, die wurden dann misstrauisch gegenüber diesem Kudenhof-Kalergi. Und dann hieß es sofort aus dem rechten Spektrum, ja ja, dieser Kudenhof-Kalergi, der arbeitet heimlich für die Weisen von Zion, für die jüdische Weltverschwerung. Und schon hatte man das rechte Klientel da wieder unter Kontrolle bei dem Thema. Also man packt einfach diese alten Märchen aus über die Rothschilds und Märchen über irgendwelche Weisen von Zion aus. Also dann Intermarium, also das war dann so eine Idee, wie man da Gebiet befreien will, hier in Europa oder Osteuropa, zwischen den Meeren, ja, Intermarium. Und der formelle Gründer war ein ehemaliger russischer General unter den Zahlen. Es war eine antikommunistische, streng katholische Organisation, also da wurden alles zusammengeführt, was da rechts war. Eine geheime internationale Organisation. Also man wollte da diesen ganzen Gebietskorridor halt eben befreien von den Sowjets, ja. Und diese Seilschaften reichen auch sehr stark rein in Österreich. Und in Österreich gibt es ja auch immer noch eine sehr lebendige, rechte Szene, auch rechtsextreme Szene. Und auch die Szene in Österreich ist total infiltriert von natürlich den britischen Diensten. Weil diese ganzen Urorganisationen, das war alles schon von den Briten kontrolliert. Und natürlich auch die Ideen, die da kreuchen und fleuchen, werden von den Briten kontrolliert. Und hier, schon vor dem Zweiten Weltkrieg bekamen diese Organisationen, also hier, das ist Intermarium-Bewegung, also die bekamen schon Geld, vor dem Zweiten Weltkrieg bekamen die schon Geld vom britischen MI6 und vom französischen Geheimdienst. Das war dann Stuart Minges, hier beim MI6 und so. Commander Wilfred Dunderdale, Tom Green, Charles Ellis, die haben das alles so geleitet. Intermarium war dann zeitweise so das, Intermarium war teilweise so das Spielzeug der Nazis. Und der MI6 hat da ein bisschen mitgemischt, auch teilweise mit den Nazis. Die Nazis dachten ja, sie hätten da große Verbündete in Britannien, also vor allem den Adel. Das war natürlich dann der totale Reinfall. Und da gab es auch schon dann diesen, also hier nach dem Anschluss Österreichs, daraufhin 1938 war dann, wurde der MI6 beauftragt, Operationen durchzuführen in Österreich unter Kontrolle von Stuart Minges. Und man hat dann alles mögliche rekrutiert, diese Monarchisten da, diese Untergrundzellen, da wurde alles da rekrutiert. Darunter war auch dieser Kudenhof-Kalergi und der ging dann nach London und bearbeitete dann die Katholiken. Die waren dann begeistert von diesen Ideen. Dann das Pan-European-Committee, wurde alles schon so aufgebaut. Also Minges vom MI6 baute dann hier Verbindungen auf zu Otto von Habsburg, der dann mit diesem Europa-Movement da auch eine wichtige Rolle spielte in der rechten Szene. Also Habsburg hatte dann auch den Support vom Vatikan. Sein Habsburgs MI6-Kontakt war Commander Kenneth Cohen. Und dieser MI6-Officer Charles Ellis hat dann die Amerikaner mit reingebracht vom OSS, Vorläufer der CIA. Und so baute man dann auch diese Europäische Unionsbewegung damit auf. Es ist interessant zu sehen, wenn man heute jetzt mit irgendeinem Normalo redet über die Europäische Union und so, dann denkt der Normalo immer, ja die EU ist doch der Mainstream, die EU ist doch diese Bürokratie und so und diese Strukturen. Das ist doch das genaue Gegenteil vom Rechtsextremismus. Aber das geht alles auf dieselben Geheimdienste zurück. Man baut den Rechtsextremismus auf, die stramm-konservative Szene und die EU und das linke Spektrum und alles. Ja, dann gab es halt viele Operationen hier in Österreich und Österreich wurde dann halt so ein Startpunkt für Operationen Richtung Balkan, Richtung Ostblock und so. Auch der französische Geheimdienst war sehr stark involviert in Intermarium. Und wir sehen ja heute noch, dass der französische Dienst oder die französischen Dienste, dass die halt sehr viel Einfluss einnehmen auf die rechte Szene hier in Deutschland auch. Neu-Rechte-Sphäre, ja. Ja, also glaube ich, diese Generation Identitaire kommt ja eigentlich aus Frankreich auch und so. Yikes. Ich habe auch mal aufgedröselt, ja, amerikanische Dienste und so und britische Dienste, wie die dann in Frankreich neu aufgebaut hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und so. Und man hat dann auch alte Faschisten rekrutiert, den alten Le Pen und so. Und hat dann so die rechte Sphäre neu aufgebaut. Also ich hätte übelste Befürchtungen, was diese Partei da anbetrifft. Diese Le Pen-Partei. Dann MI6 baute dann dieses Intermarium-Ding auf, diese Bewegung auf. Also alles Mögliche war da drin an Leuten. Dann gab es dieses Prometheus-Netzwerk. Lauter so verschiedene Figuren hatte man dann da bekommen. Für das hier Micha Kreck von der katholischen Volkspartei. Und das hat dann einen Zusammenhang mit den Jesuiten. Monsignor Anton Präseren. Krunoslav Draganowitsch. Kroaten. Er war katholischer Priester, aber auch Kriegsverbrecher. Kasimir Papé. Polens Botschafter für den Vatikan. Monsignor Ivan Buchko. Hier der spirituelle Anführer der ukrainischen Widerstandsbewegung. Sehr gute Vatikan-Verbindungen. Und Vatikan war dann auch unter Kontrolle der Briten und Amerikaner seiner ganzen Weile. Also König Emanuel verwandt mit den Briten und so. Und der Vatikan war ja eigentlich, Vatikan gehörte ja eigentlich zu den Franzosen. Aber das französische Königshaus wurde ja vernichtet. Und dann gab es den Krieg zwischen Preußen und Frankreich, auch bezahlt von den Briten. Und die Franzosen mussten dann halt eben an Truppen abziehen aus Italien. Und dann war der Weg frei, natürlich dann für Welfen Bettina Reginare dann den Vatikan zu übernehmen. Das nur so als Background. Weil es gibt halt immer noch so Leute, die da ein irgendwelches altes, uraltes Material aufwärmen. Teilweise viel Fake-Material über eine scheinbare vatikanische Weltverschwörung. Und begreifen gar nicht wirklich die Geschichte vom Vatikan. Ja, also da gibt es auch viel Blödsinn, der da erzählt wird. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also auch viel katholische Leute hier mitbeteiligt. Ferenc Weiter stand eigentlich auf einer Blacklist für gesuchte Kriegsverbrecher und so. Wurde verhaftet von Amerikanern, vom US-Counter-Intelligence-Core. Wurde dann eingebuchtet da in Dachau und dann sagten die Briten, nee, lass den gehen. Und er arbeitet dann für dieses Intermarium-Projekt mit den französischen und britischen Geheimdiensten. Dann, Intermarium hatte auch ein ziemlich wichtiges Zentrum in Rom. Hier, das US-Counter-Intelligence-Core sagte, unter direkter Führung des Papstes, im Kampf gegen den atheistischen Kommunismus. Hohe vatikanische Priester und Bischöfe wurden hohe Offiziere und Funktionäre in dem Intermarium-Projekt. Zunehmend beteiligten sich die Amerikaner an dem Projekt. Ja, dann gab es diese Pfeilkreuzler, also diese Ungarn, also eine Million Ungarn waren da geflüchtet vor den Sowjets. Und bei den Flüchtlingen waren da diese Faschisten dabei, diese Pfeilkreuzler. Mit solchen Leuten hat man da zusammengearbeitet. Und die, die dann auch blieben in der Heimat und die dann spionieren wollten, halt weiter spionieren wollten für die Briten, weil sie sich dann von den Briten irgendwie die Befreiung gehofft hatten. Denn die, die dann daheim blieben und spionierten, die wurden dann meistens aufgemischt, vollkommen verheizt, verhaftet, gefoltert und dann umgelegt oder halt dann irgendwie rausgeworfen aus dem Knast. Also da wurden so viele Leute, Menschen verheizt und das ist halt eben dann super, super übel. Viele von diesen rechten Organisationen, also im Zusammenhang mit Prometheus und Intermarium, viele rechte Gruppen waren dann auch total infiltriert von kommunistischen Agenten. Also es war dann ziemlich viel Amateur-Hour. Und so ist es heute auch. Also rechte Kreise, rechte Sphäre heute super stark infiltriert von linken Aktivisten. Ich meine, das sehen wir auch heute, wenn dann irgendwie das nächste und übernächste Projekt da aus dem rechten Spektrum oder Corona-Leugner-Spektrum, wenn das dann schon wieder gehackt wird und dann wird dann schon wieder alles offengelegt. Und irgendwelche Linken infiltrieren dann halt diese radikalen Telegram-Chat-Gruppen und posten dann die ganzen Beweise und liefern das dann an die Behörden und so. Also das ist einfach generell so seit einer ganz, ganz langen Zeit. Ja, und auch dieser Weiter, der hat dann irgendwann auch gemerkt, dass da alles nicht so richtig rund läuft. Er meinte dann irgendwann, Intermarium sei penetriert von britischen Freimaurern und sowjetischen Agenten. Dann Bulgaren. Hier bulgarische Gruppen, die bekamen dann auch mal Gold vom britischen SOI für ein Widerstandsnetzwerk und so. Und mit denen arbeitete man dann weiter. Dann gab es hier diesen Elliot. Ein britischer Agent, Kevin Elliot. Elliot arbeitete zeitweise auf deutschem Boden. Er sollte dann die sogenannte Deutsche Arbeitsfront ausspionieren. War dann Mitglied einer mysteriösen Einheit namens Special Operation 3. War ein guter Freund und Kollege von dem hohen MI6-Offizier Archie Gibson. Der leitete eine Mission hinter dem Eisernen Vorhang. Dann gab es dann mit den Ungarn, also den rechten Ungarn, gab es so eine katholische Widerstandsbewegung, Verbindungen zum MI6 in Wien. Anführer der Gruppe war Bela Bayomi, ehemaliger Marine-Offizier. Er flüchtete dann halt nach Österreich und so, kontaktierte dann dort den MI6 und dann wurde halt der Widerstand organisiert. Und man hatte dann in der Heimat eben junge Männer rekrutiert, damit die dann alle möglichen Informationen sammeln über das neue sowjetische Regime dort. Also Informationen, wie viele Panzer werden da rumgeschippert, wie viel Butter wird hergestellt, alles mögliche Informationen. Und vieles von den Informationen war jetzt nicht sonderlich wertvoll. Die jungen Männer haben dann Informationen gesammelt, weitergeleitet an ihre Kontaktleute, das landete dann beim britischen MI6. Aber die jungen Männer haben sich dann immer gedacht, wir wollen doch wichtigere Informationen sammeln, aber die Briten wollen immer nur so Kleinkrempel von uns haben. Und dann ständig wurden diese jungen Männer erwischt von der Geheimpolizei, verhaftet, übelst gefoltert, umgebracht oder halt eben dann lange Zeit inhaftiert. Also da gab es zum Beispiel diesen, da gab es dann Wladimir Lieschkowski, der war eigentlich mal bei der Luftwaffe, studierte später dann Raumfahrt oder Luftfahrt. Lieschkowski, wurde verhaftet und verurteilt zu zehn Jahren Haft, weil er für die Briten spioniert hatte. Nandi Fein bekam lebenslange Haft. Also da wurden da, da hat man dann richtig das ganze Leben ruiniert. Stellen Sie sich vor, sie haben ein ganzes Leben noch vor sich, werden verhaftet, landen zehn Jahre im Knast und hinterher gelten sie dann immer noch als unerwünschter Bürger, kriegen keinen anständigen Job mehr, gar nichts. Das heißt, dein Leben ist vorbei oder du verbringst den Rest deines Lebens in Haft. Und für was? Dafür, dass du den Briten irgendwas an Informationen geliefert hast über die Butterproduktion unter den Sowjets. Und da fragt man sich dann, war das nicht vielleicht Absicht sogar von den Briten, dass man da junge Leute ans Messer geliefert hat? War es vielleicht so, dass man irgendwelche jungen Männer halt deswegen verheizt hat, um damit die sowjetischen Dienste halt beschäftigt zu halten, dass man halt hintenrum richtige Operationen machen konnte. Das ist halt eben auch so die Realität in den Geheimdiensten, dass halt dann Leute motiviert werden, was zu machen, aber man hintergeht sie einfach sofort, weil es dann irgendwie ein größeres Ziel gibt, was man da hintenrum verfolgt. Und dann, ja dann, dieser eine, dieser Gorka war dann halt hinterher sehr verbittert über den MI6. Wie der MI6 diese Widerständler benutzt hat und er meinte dann, diese sogenannten Spymaster der Briten, die waren eher Provokateure oder betätigten sich eher mit Provokationen anstatt wirkliche Geheimdienstarbeit, also was jetzt dieses Gebiet da anbetraf. Also die meisten antikommunistischen Gruppen und Seilschaften auf österreichischem Boden, also von wo aus man dann Operationen machte, im Balkan und so, diese ganzen antikommunistischen Gruppen in Österreich, die waren alle gründlich infiltriert von den Sowjets. Dann hier heißt es im Dezember 1949, verstaatlichte die ungarische Regierung alle großen Industrien, alle ausländischen Fabriken, darunter IT&T. Das ist vielleicht ein Fehler hier, wahrscheinlich meinen sie AT&T. Dann muss man sich fragen, was macht der Top-Telekommunikationskonzern der Amerikaner in Ungarn? Zu der damaligen Zeit. Und amerikanische Fabriken, amerikanische Konzerne hier auch in Europa, vor allem auf deutschem Boden, vor dem Zweiten Weltkrieg, was für Spionagenetze wurden da aufgebaut? Und wie viel bekamen diese Spionagenetze an Support von noch viel älteren, adeligen Spionagenetzen auf deutschem Boden, die für die gewöhnlichen Historiker gar nicht existieren? Ja, und dann hinterher konnten die Briten immer sagen, wir hatten halt einen hohen Maulwurf in unseren Reihen, diesen Kim Philby. Der bekam halt so viele Infos über diese ganzen antikommunistischen Operationen und ergab das dann alles weiter. Sorry. Aber das war halt immer nur ein Bruchteil der Wahrheit. Hier, dann diese, hier, Rumänien. Hier diese Iron Guard. Diese Faschisten. Also, das war so eine Faschistengruppe. Sie betete die Figur an von Captain Cornelieu Codrianu von der Legion of St. Michael. Also, sehr katholisch anscheinend. Man betete diesen, diese Figuren und der wollte halt Rumänien bereinigen von Juden, Ausländern, Kommunisten und Freimaurern. Also, man hatte da so eine total abgedrehte Version vom Katholizismus gebaut, einen richtigen Todeskult. Und die Deutschen kooperierten zeitweise mit dieser Iron Guard in Rumänien. Und diese Iron Guard, die hat dann wirklich einen Haufen Leute umgebracht. Also, so richtig, so richtig krasses Zeug. Und dann kam die Russenarmee und diese eiserne Garde musste halt fliehen. Und die Geflüchteten wurden rekrutiert mehr oder minder vom britischen Geheimdienst. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dann, was auch immer wieder passierte, war das halt in sowjetisch besetzten Gebieten, dass die sowjetischen Geheimdienste halt sehr viel Provokateure eingesetzt hatten. Das heißt, die taten dann so, als seien sie Teil der Widerstandsbewegung. Aber riefen halt ständig zur Gewalt auf und so weiter und so fort. Und gaben halt den Behörden dann den Vorwand, dagegen vorzugehen. Also, man muss sich halt heute immer zu fragen, okay, wäre es einfach nur halt sehr furchtsam und aggressiv? Oder wäre es vielleicht sogar ein richtiger Provokateur? Das ist oftmals halt schwer oder sogar unmöglich, halt wirklich dann festzulegen. Aber man sollte das zumindest im Hinterkopf behalten. Hier dann, Tschechoslowakei. Josef Josten schuf dann eine Organisation, die Free Czech Information News Agency in London. Natürlich mit der Hilfe vom MI6. Auch das US-Counterintelligence Corps bei Camp King in Deutschland baute dann tschechische Kreise auf. Es gab dann das Londoner Tschech Intelligence Office, hier finanziert vom MI6. Hatte auch Büros in Frankfurt, München, Zürich, Berlin und Wien. Dann, Promethean League, also die Prometheus-Liga der Nationen. Das war auch so ein Projekt. Alles, was gegen die Sowjets war, alles, was rechts war, wurde da rekrutiert. Die üblichen Figuren da im Hintergrund, Wilfred Dunderdale, Stuart Minges. Auch der französische Dienst machte da auch mit. Und abermals. Ja, und dann hat man das so reingebatzt mit Graf Kuhnenhof-Kalergis, Pan-Europa-Union und so. Also alles war da zusammengebatzt. Mit Polen, also viel mit Polen gearbeitet. Und dann irgendwie so gesagt, ja, dieses Intermarium-Korridor, der befreite Korridor, da würden die Polen eine große Rolle spielen und so. Aber von diesen ganzen rechten Gruppen aus verschiedenen Ländern traute keiner dem anderen so richtig. Und so weiter und so weiter und so weiter. Dann, äh, die, die geflüchteten Russen, ähm, die also die alte Ordnung bevorzugten, also jetzt nicht unbedingt die größten Zarenfreunde sein mussten, aber auf keinen, auf jeden Fall nicht Kommunisten. Die sind mit diesen geflüchteten Russen, da wurde auch sehr viel zusammengearbeitet. Ähm, hier White Russian Armed Services Union, Russian Federation of Ex-Combatants von Alex, General Alexander Kutempov, MI6-Agent. Also alles wurde da abgegrast. Ähm, ja, dann auch irgendwelche Überreste von den deutschen Diensten, also von Kanaris, die Abwehr und so, da wurden auch dann hinterher Leute rekrutiert von den Briten und damit wurde auch die rechte Szene aufgebaut. Und man, also nach dem Zweiten Weltkrieg, und man sieht halt eben dann auch die Überschneidungen mit der Verschwörungsliteratur und mit, ähm, halt dann, ähm, Holocaust-Leugnung, Nazi-Revisionismus, das war dann alles, das waren alles so eine Soße und, und die Briten hatten auch immer die Finger mit drin. Und die ersten großen Holocaust-Leugner-Sachen kamen aus dem amerikanischen Raum, von hohen Unis. Also ich glaube Princeton oder Columbia. Ähm, und Kanadier, hohe Kanadier, dieser hohe Brite, dieser Mosley, adelige Verbindungen rauf und runter, und die brachten das Ganze erstmal so groß auf, und dann kamen so die Deutschen, die dann halt das dann abgeschrieben hatten, und auf Deutsch rausbrachten und so. MI6 schuf und bezahlte eine Reihe an Tarnorganisationen für diese Prometheus-Liga. Viele Aktivitäten gab es in der Türkei, das war ja so der Korin, also so das Gebiet, wo man dann hier dann als Staging Area, also als Territorium benutzen konnte, für Operationen rein in den Ostblock. Istanbul war halt voll mit Spionen und so, aber viele von diesen Informationsquellen im Ostblock lieferten halt den Briten Schrott-Informationen, weil es ging ja wirklich bloß darum, dass man dafür bezahlt wird, und es gab regelrechte Paper Mills, wo man einfach nur Blödsinn produziert hat, um dafür halt bezahlt zu werden. Man hielt die Leute halt beschäftigt. Dann, es gab Operation Apple Pie in Westdeutschland von den Briten und Amerikanern. Da hat man dann Leute hier ausgefragt vom SS-Reichshauptsicherheitsamt Abteilung 6, weil die hatten sich beschäftigt mit geheimen Geschichten wie die Sowjetunion. Einer, den man rekrutieren konnte, war Nikolai Poppe, also ein Russland-Experte und so. Poppe wurde dann später sogar Mitglied der Royal Asiatic Society und Fellow der British Academy. Ja, ein Hoch auf die Wissenschaft. Ja, dann... Dann Sikorsky, Rätinger, Kudenhof-Kalergi, also dann Pan-Europa-Union, Bilderberg und so. Das hat man dann auch noch so aufgebaut. David Astor war da mit drin. Also Astor wurde dann benutzt vom MI6-Officer Lionel Löw, um hier rumzumachen mit der deutschen Opposition. Astor war eigentlich Press-Officer in Lord Mountbatten's Combined Operations Headquarters in London. Und man hat sich dann inspirieren lassen von diesen Cecil Rhodes Roundtable Groups. Astors Mentor war Philip Kerr, Lord Lothian. Hier der begnadete Denker des Roundtable. Und der sei der spirituelle Vater des europäischen Föderalismus. 1943 war dieser Rätinger 55 Jahre alt, wo der Mitglied der britischen SOE Special Operations Executive von diesen Commandos sprang im Fallschirm ab über Polen, um halt dann Verbindungen herzustellen mit der Underground Home Army. Und bei der SOE hat er dann Freundschaften geschlossen mit Geheimdienstlern, unter anderem mit dem Executive Director Colin Gubbins, Major Edward Beddington Barons. Also es war alles britischer Geheimdienst, weil manche sagen, ja, ja, aber irgendwie Rätinger und so. War das nicht so katholisch? War das nicht die katholische Weltverschwörung? Nein. Oder waren das nicht doch die Weisen von Zion? Nein. Hier, Rätinger gab eine Ansprache beim Royal Institute for International Affairs, ja, Adel, wo er gesagt hat, wir brauchen die Europäische Union im Prinzip als Gegengewicht gegen den Kommunismus. Hier dann John Foster Dulles, also die CIA kam dann irgendwann mit rein. Und man hat dann alles Mögliche finanziert, was halt für diese europäische Einigung war. American Committee for United Europe, AQ, also reine Geheimdienstbude eigentlich, Frank Wisner, Alan Dulles. Und man hat dann gleichzeitig auch noch die sanfte linke Bewegung oder sanftere linke Bewegung aufgebaut. Also die härtesten amerikanischen Geheimdienstler bauten die Sozialdemokratie auf und hat dann Sachen finanziert auch wie George Orwells 1984. Ja, und ich dachte immer, George Orwell war so ein, hat einfach so ein kreativer Kopf und sehr eigenständig und so. Nö, das war alles eine gewollte Kampagne von den Geheimdiensten, um den Leuten halt zu sagen, so soft, softer, linker Kurs sei in Ordnung, aber jetzt halt nicht der knallharte Ostkommunismus. Ach ja, und George Orwell ist ja nur ein Pseudonym, ein Deckname, der eigentliche Autor, arbeitete mal für das britische Kolonialreich in Indien im Bereich Geheimpolizei. Ja, also er war O'Brien. Er war freaking O'Brien. Ja, er war nicht Winston. Und es ist ja so typisch in 1984, dass halt, ähm, dass halt der Hauptcharakter in dem Roman 1984, dass halt, äh, der Hauptcharakter Widerstand leisten will, sogar auf nachrichtendienstlichem Niveau, ein bisschen agiert, hat ein Talent dafür und genau das macht ihn zur Zielscheibe und deswegen wird er aus dem Verkehr gezogen und er ist halt leider doch nur ein Amateur. Ja, das heißt, er, er tut immer nur so, als sei er okay mit der Partei. Er hat eine heimliche Liebschaft, was total verboten ist. Er trifft sich dann in, in, mit ihr, hat, hat eine, eine Deckadresse, eine Tarnadresse gemietet irgendwo und führt ein geheimes Tagebuch und, und, ähm, sucht halt, findet halt nicht nur diese Frau, sondern eben auch aktivere Widerständler. Also er, er denkt dann, er hatte mit diesem, er hätte mit diesem O'Brien dann so einen Widerständler gefunden. Und, Winston wird halt eben deswegen so knallhart dann bearbeitet und aus dem Verkehr gezogen, weil er eben geheimdienstliches Talent zeigt. Ohne Training. Ja, er ist einfach ein Naturtalent, er ist ein Natural. Dann, ähm, also, linke Szene auch noch aufgebaut. Siehe auch Marcuse und dieses ganze Zeug. Und deswegen wäre ich halt eben so vorsichtig, wenn Leute halt immer rumätzen, oh, die ganzen Linken und ich hasse alle Linken und so und ich hasse Vorsicht mit so einem Zeug, ja, das, das geht sowieso alles zurück auf den britischen Geheimdienst und, ähm, man sollte sich nicht mit seinen Mitbürgern halt permanent streiten. Wegen irgendwelchen alten ideologischen Krempel, den man gar nicht richtig nachvollziehen kann. Ja, dann gab es diesen Überläufer, Anatoli Kolitzin, KGB, äh, vom First Chief Directorate, äh, lief über zur CIA und dann konnte man eben einen Haufen Agenten hier schnappen, wegen seiner Hilfe. Also, man schnappte dann sogar Kim Philby. das war dann der große Fang. Und, manche von diesen Überläufern sprachen dann eben von der kommunistischen Langzeitstrategie, also, dass halt dann gegebenenfalls die Sowjetunion sich verändern wird, aber nichtsdestotrotz hyperaggressiv bleibt und dann größere Pläne hegt und genau das sehen wir ja jetzt, auch wenn das Ganze, also, das, was die Russen da jetzt irgendwie machen wollen oder angeblich machen wollen, das muss jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt eine, eine marxistisch-leninistische Färbung haben. Ja, so wie so klassische Antikommunisten immer denken. Marxismus, Leninismus. Ne, es ist ja, Marx und Lenin haben ja überhaupt keinen einzigen originellen Gedanken gehabt, sondern, eine Diktatur ist eine Diktatur. Ganz einfach. Und, wie die Russen das künftig anmalen werden, ist eigentlich nicht so bedeutsam, ob man da jetzt eine Mischung macht, ein bisschen Marxismus-Leninismus, ein Haufen Zarentum, ein Haufen, was anderes, Personenkult um den großen Diktator oder sowas, das bleibt denen überlassen. Umgekehrt, der KGB, der KGB hatte einen Maulwurf in der CIA, Aldrich Ames, der war Chief of Soviet Operations. Er konnte also den Sowjets die Namen verraten von den Top-Agenten des Westens. Deswegen ist es eigentlich meistens ein totales Himmelfahrtskommando, wenn man hier für den Geheimdienst arbeitet, wenn man sich da rekrutieren lässt. Meistens wirst du entweder ans Messer geliefert oder du hast einfach Pech und du wirst dann verraten von irgendeinem Überläufer oder irgendjemand macht einen Fehler und du hast dann drunter zu leiden. Und Ames hat dann halt später gesagt, er hat dann immer mehr verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Und das hätte er sich so auch nicht gedacht. Also er meinte dann, wir vom KGB, wir waren echt gut, was jetzt die Qualität anbetrifft von der Arbeit. Also der KGB, der war schon ziemlich professionell und so und Aldrich Ames meinte dann, die CIA und die Amerikaner generell, die waren auch schon ziemlich gut. Also Spione, Spionage-Satelliten und je mehr Informationen die Amerikaner bekamen über die Russen, umso mehr wurde Aldrich Ames klar, die Russen sind uns komplett unterlegen. In jeder Hinsicht. Also ab und zu in kleinen Bereichen waren die Sowjets vielleicht mal besser, aber ansonsten egal ob strategische Bomber, Atomsprengköpfe, er sagt, die Amerikaner waren Lichtjahre voraus. Viel krasser, als es den meisten überhaupt bewusst war. Die Sowjets hatten halt mehr Soldaten, aber pfft. Und die Politiker von beiden politischen Parteien, Democrats, Republicans, die Politiker haben das nie wirklich an die Bürger Amerikas oder der NATO-Sphäre kommuniziert. Die haben immer gesagt, oh, es ist so Neck an Neck, wir sind uns gleich ebenbürtig am NATO und Russen. oder Warschau-Pakt oder die sind uns vielleicht sogar voraus und wir dackeln hinterher. In Wirklichkeit waren die Amerikaner Lichtjahre voraus. So fake war der Kalte Krieg. Was auch meine besonderen Thesen stürzt, dass es sich um einen Kartell der Supermächte handelt, das sowieso gemeinsame Wurzeln hat. Also der merkte dann irgendwann, wow, das Ganze ist einfach nur ein abgeranztes bizarres Spiel. Was läuft hier eigentlich? Schlech. Dann hier, ganz am Schluss von dem Buch hier interessante moderne Sachen. MI6, britischer Geheimdienst, hatte Operation Jetstream. Es war Spionage gegen Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und die Schweiz. Also eigentlich Partner oder Verbündete. Ehemaliger MI6-Officer Richard Tomlinson meinte dann, er war selber überrascht, was sie da alles gemacht haben. In der Schweiz hatte der MI6 abgesehen auf die großen Privatbanken, darunter UBS, also man hat dann Angestellte geschmiert, um Informationen zu bekommen, insbesondere über ausländische Kunden. Also wenn irgendwelche Aktivisten oder was, wenn die jetzt meinen, sie stellen sich jetzt Offshore auf, also mit irgendwelchen Bankkonten und Tarnorganisationen und irgendwelchen Vereinen und irgendwelchen Trusts und so weiter, das kriegen die Dienste alles raus. Nur so als Info. Ja, dann Jetstream, also Operation Jetstream, die rekrutierten sogar einen Spion in der Deutschen Bundesbank, also der Zentralbank. Der Händler von dem Spion war Andrew Mitchell. Das heißt, wir haben den halt echt fett bezahlt dafür und hat uns dann alles mögliche verraten, was er an Informationen abgreifen konnte. Also jetzt auch politische Verhandlungen, Maastricht und so. Dann, wie sich die Zinsen entwickeln werden und so. Und der MI6 heißt es, der MI6 habe dann solche Informationen weitergeleitet an bestimmte Clearing-Banks und Merchant-Banks, darunter Midland-Bank, laut Tomlinson eine komplette MI6-Bank, die Royal Bank of Scotland und Kleinward-Benson. Und ich meine, das stützte nämlich dann auch meine stärkere These, dass schon vor langer, langer Zeit, dass der britische Geheimdienst halt nicht nur die Zentralbank aufgebaut hat, die Bank of England und das fraktionale Reservebanking geschaffen hat, sondern dass man eben gleichzeitig auch die Politik und die Merchant-Banks kontrollierte, also Barings, Roche, wie auch immer. Die sollten privat wirken, waren es aber nicht. Und also gerade die Baring-Familie oder dann Barings, die wurden ja hochgezogen in Hannover, also unter den Welfen hier auf deutschem Boden und die galten so als privilegierte Familie, denen man vertrauen kann, also Assets, Intelligence Assets, könnte man sagen. Und die schickte man nach England und wurden dann ganz zufällig halt dann Top-Banker. Ja. Und ich meine, man sieht dann eben auch wie bescheuert diese Verschwörungs, diese typischen klassischen Verschwörungsmärchen und Mythen sind. Also dass dann die winzige Familie Rothschild hätte es dann geschafft, also die Rothschilds hätten es dann irgendwie geschafft, dann das britische Empire zu stehlen und die Kontrolle zu kriegen, also den Aktienmarkt abzuzocken und gestraft, dann die Zentralbank zu übernehmen, wie die City of London und so und niemand hätte die dann verhaftet oder umgelegt. Totaler Witz eigentlich. Das heißt, die Leute, die das glauben, die wollen immer die Abkürzung, ja, das heißt, sie bilden sich nicht wirklich über diese Themen, sondern sie versuchen halt, die Abkürzung zu finden in gängiger Verschwörungsliteratur. Wir haben es ja gesehen, ich habe das ja in einem meiner Bücher auch näher aufgedröselt, also gerade vor allem in der Geführte, wo ich dann eingehe, auf diese Verschwörungsmärchen, die die Nationalsozialisten auch dann kopierten und da habe ich dann mal die eigentliche Geschichte nochmal aufgedröselt von den Rothschilds, insbesondere in Bezug auf den britischen Geheimdienst. Also die wurden halt dann, die Rothschilds wurden anscheinend rekrutiert, sie dienten dem Empire, bekamen dafür mehr und mehr Aufgaben. Es war halt einfach eine privilegierte, gewöhnliche Familie, die man da hochgezogen hat. Das ganze Geld gehörte denen gar nicht wirklich, es gehörte der Krone, aber man brauchte halt die Rothschilds als Assets, als Tarnorganisation und die Auflage war anscheinend, die Rothschilds müssen sich familiär von Generation zu Generation so strukturieren, wie der klassische Adel. Also man heiratet die Cousinen, man heiratet in der eigenen Familie, es muss alles sehr stark zusammenbleiben, weil ansonsten kannst du ja so ein Projekt nicht wirklich hochziehen mit solchen Freunden, so einer Tarnorganisation. Und gleichzeitig kamen die Briten dann britischen Geheimdienste und verbreiteten in der Verschwörungsliteratur das Märchen, die Rothschilds hätten das britische Kolonialreich gestohlen. Und selbst heute glauben das Leute rauf und runter, das ist halt die bizarre Realität, meine Damen und Herren. Es gibt also eigentlich praktisch keine Organisation von Bedeutung, die nicht infiltriert ist. Also alles, was ein paar hundert Mitglieder hat und irgendwie eine Bedeutung hat, das ist alles irgendwo infiltriert von mindestens einem Dienst. Und deswegen braucht es halt eine ganz andere Herangehensweise politisch und was jetzt halt Kommunikation anbetrifft mit den Leuten. Also ich vermeide den Begriff Aktivismus, weil das ja so negativ behaftet ist.